Hey tschau zusammen und willkommen zurück mit Rayman in der Rappelkiste für die nächste Folge Hidden Folks. Ja, wir sind in der Wüste und es hat eine unheimlich riesige Map. Und wir brauchen diverseste Themen. Und ich sehe das so klein, das Reptil in diesem Kaktuswald ist so gut getan, dass es sich oft selbst verliert. Nur das Blöde ist, die Map ist so riesig, dass ich jetzt nicht gleich sagen könnte, wo zum Geil ist eigentlich der Kaktuswald? Oh, da hat es auch etwas verbrösen wir nicht. Hm, dann suchen wir noch einen Kaktus mit dem Sombrero drauf zum Beispiel. Brauchen wir auch noch. Ähm, irgendetwas war noch mit dem Wurm. Herr Wurm fühlt sich wie zu Hause in diesem Bergarbeiterlager. Jetzt stellt sich doch die Frage, ist das Bergarbeiter? Oh, da haben wir Cara noch. Bei der Cara ist gestanden. Caras Fahrzeug ist wirklich gut ausgestattet. Surround Sound. Tiefer bei das Getränkehalter. Ein haariger Sitz. Wirklich alles. Ja, genau. Genau. Und ich glaube, das mal machen wir es so vorher mal immer. Das brauchen wir. Also suchen wir das. Und das mal machen wir es gerade wirklich so. Wir scrollen einfach hier oben und schauen, was da genommen ist. Da haben wir zum Beispiel noch... Ah, ich habe gedacht, das sage ich da. Dieser einsame Asgaya buchstäglich alles um ihn herum aufgefressen. Das würde eigentlich nur nicht so schlecht passen. Da hat jemandem Pfeil im Gesicht. Was ist denn da abgegangen? Hm. Am meisten tut mir eigentlich den davor noch leid. Fabian, der zurück aufs Festival will. Aber die Schilder... Da ist er ja gerade... Er ist die Schilder gefangen. Das sei da. Das sei da. Jetzt läuft er immer hier. Okay, welch? Mann, die Idee, ey. Alright. Ein Sombrero brauchen wir. Ein Cocktus mit dem Sombrero drauf. Dann... Wir setzen all unsere Hoffnung darauf, dass dies eine Pflanze in der Wüste wachsen kann. Gib ihr bloß nicht zu viel Wasser. Ein Brille. Nur die Brille der Frau blieb von den Asgeiern verschont. Also brauchen wir dann noch irgendwo... eine Schwitte von Asgeiern, die irgendjemand gemampft haben. Und die Brille ist wahrscheinlich noch heil. Und der Rest ist... weg. Also ich merke gerade... Ich kann wirklich... Lieber... mehrere Sachen aufs Mahl zum sehen. Der hat alles aufgefressen. Dann haben wir den einsamen Asgeier. Anstatt, dass es so weit auseinander ist. Also mit dem Scrollen als anderen... Liegt man... Liegt man eher besser. Ähm... Hallo? Herr Wurm fühlt sich wie zu Hause in diesem Bergarbeiterlager. Ist das vielleicht das Bergarbeiterlager da? Oh! Scheint da. Das ist eine Schlange, ja? Was macht er? Wurm in der Wüste. Ähm... Die Brille von der Frau suchen wir noch, die gemampft worden ist. Die ist zwar gemampft worden, aber hat er keine Brille mehr angekommen. Da hat es auch nochmal etwas gemampftes. Da hat es einen Skorpion, wie das aussieht. Yes! Verlore nix. Hm... Wo ist die Brille? Brille 591! Ähm... Nochmal ein Skorpion. Was haben wir da? Ah, da ist sicher die Pflanze, eh? Oh... 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 Schip! Da haben wir die Pflanze. Okay. Okay, okay, okay. Dann haben wir noch welche denn das da her. Martin wartet nur darauf, dass die Musik so richtig los geht. Wird dann aber nur innerlich mittanzen. Das kann ich auch abhauen. Ähm... Da ist Brille. Brille, Brille. Schip! Blink! Schwebende Allardine, die haben wir ja schon gehabt. Ja... Und jetzt schauen wir da irgendwo. Da müsste doch irgendwie der Marin sein mit seiner Badehaube sozusagen. Uff... Der wartet bis die Musik abgeht. Aber wie ist denn nur... Nelllich mittanzen. Wo haben wir denn denn? Da ist ein Burn Man. Mh... 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 Sysam öffne dich. Sasam... Nob! Dieser steinerne Tür braucht wohl eine andere Art von Magie. Uh, aber auch die Hinweise, dass wir alles andere als Ring sind. Irgendwo eine Oase müssten wir noch haben. Oh, was haben wir denn da? Ah, das ist das Kaktus-Ding. Genau, das Reptil in dieser Kaktuswelt ist so gut getarnt, dass er sich oft selbst verliert. Ich meine, das haben wir noch gar nie gesehen. Und da müssen wir jetzt das Reptil suchen. Hier, wo alles so aussieht wie so ein... Vielleicht brauchen wir noch irgendeinen Dude hier. Oh, da das Reptil suchen, das ist ja voll gemein. Da ist niemand zuhause. Uh. Ich meine, dann sieht noch alles extra so aus wie... ...wie so ein Kamakamakamakamakamakameleon. Ui. Ui, 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 ui. Dann ist sie ja wahrscheinlich noch getarnt. Sie ist so ganz klein und scheinbar gerade hoch. Haben die Metal laufen? Das unterstützt mich nggak in der Suche. Ach, das will ich jetzt einfach finden. Angestrengter am draufschauen als... Darum sollte man kein Fest in der Wüste machen, da geht ja die Hälfte verloren. Angestrengter am schauen als bei jedem Battlefield, den ich schon gespielt habe. Hier oben sind unsere Chameleons, respektive Kamele. Was haben wir hier? Nichts, ok. Mit dem Rechtsklick kann man nichts machen, ich probiere schon Optionen aus, die mir helfen würden. Ich glaube, dass ich das Ding schon selber verloren habe, weil... Das muss doch sicher hier irgendwo sein, oder? Der Maakter ist nicht schlecht. Halt. Am Anfang greifst du? Oh, ist das gemein. Hey, es ist ein Bordewiege, bitte. Spiel nicht so viel. Hat er schon gefunden? Wenn sich ein bisschen bewegen würde, wäre es relativ einfach. Dann habe ich es gefunden. Du bist da. Bling. Reptil. Ich wollte gerade sagen, früher war es immer ein guter Tipp. Bei Call of Duty, als wir gespielt haben, im ersten oder zweiten hat es so ein Schneeland gehört. Genau, das geheiss. Dort war eigentlich gut, wenn du einfach in der Mitte des Bildschirms auffixiert hast, dass du etwas bewegt hast, hast du es eigentlich im Augenwinkel gesehen und hast dann reagieren können. Genau, das wollte ich jetzt auch probieren, wenn der Mann sich bewegt hätte. Hat es aber nicht. Dieser extrem seltene Weissröckenskorpion wird von seinen Kindern umringt. Ein wahrer König der Wüste geht nie unter Tage. Ja, wenn du das sagst, der von seinen Kindern umringt wird, dann müsste man, wenn er nie unter Tage geht, muss er eigentlich nicht in der Erde geboren werden. Dann müsste er ja dann eigentlich, hier sein. Da, 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 da. Suchen wir noch. Der Herr Wurm. Aber das sieht mir nicht nach einem Bergarbeiterlager aus. Sind die da am Schiessen? Das braucht man im Moment nicht zwingend. Was haben wir da noch? Diese Wasserflasche retortiert in den Dünen der Wüste vielleicht eines Tages das Leben. Ja, wow. Ich meine, das kann ja überall sein. Route 66. Route. Da hat es eine Wasserflasche. Ich meine doch genau diese. Die da rein. Die da rein. Du mal auf. Die. Es ist nicht die. Okay. Okay. Sonst noch irgendwo eine Wasserflasche vielleicht. Irgendeinen Wurm oder so. Auch nicht. Skorpionenfamilie vielleicht. Eieiei. Langsam wird es ein bisschen haarig. Fahrig. Wenn wir da vielleicht irgendwo Wasserflaschen. Meine Devin gibt es ja einfach Wasser. Das Bergarbeiterlager müsste man auch noch haben. Das ist echt kein Bergarbeiterlager. Das da ist vielleicht das Bergarbeiterlager. Aber da soll jetzt einen Wurm haben in mir. Der Herr Wurm. Und der ist aber. Da hat es eine Schlange, aber das ist nicht der Wurm. Vielleicht ist auch nicht das. Vielleicht ist auch das nicht das Berg-Arbeiter-Lager. Die Wasserflasche, also die Wasserflasche suche ich dann nicht. Die ist mir zu ulkig. Ich meine einfach so Wasserflasche. Ist ja nett, aber... Haben wir das Berg-Arbeiter-Lager? Das ist wieder der neue Fisch von dem Ding voran. Die sind voll am App-Sounden. Hm, da sehe ich aber auch keinen Wurm. Das mit dem Pot of Gold habe ich auch noch nicht gecheckt. Und der Sombrero auf dem Ding habe ich auch noch nicht gefunden. Sombrero auf dem Kaktus. Ist das Berg-Arbeiter-Lager vielleicht? Was? Was? Dann machen wir mal... ...ausgraben. Hallo, hallo! Der Wurm! Okay, geil! Hallo! Das war in dem Fall das Berg-Arbeiter-Lager. Hat es auch noch Wasserflaschen rum? Die finde ich irgendwie doof, die Wasserflaschen. Also einfach wirklich so überhaupt keinen Hinweis. Der Aladin schwebt da ein bisschen rum. Dann suchen wir noch eine Wasserflasche. Die suche ich nicht. Der Kaktus mit dem Sombrero oben drauf. Und der Weissruggen-Skorpion. Und der Weissruggen-Skorpion sollte in einer Masse von Skorpionen drin sein. Das heisst viele kleine Striche. Und wo wäre ich denn besser aufgehoben, als irgendwo da oben? Hm. Help! Und der geht nicht unter die Augen. Also er ist in dem Fall... ...an der Oberfläche. Der Skorpion müsste an der Oberfläche sein. Hm. Und wahrscheinlich nicht gleich auf dem Weg... ...da ist der... ...Sombrero-Kaktus. Und da brauchen wir jetzt noch einen Skorpion. Den möchte ich noch. Die Wasserflasche... Da hat es einen Skorpion. Der Skorpion hat jetzt eben immer mal wieder einen. Darum... ...ist es irgendwie noch... ...no schwierig. Ich muss eigentlich nicht graben. Ich weiss. Ich fahre noch mehr auf den Rändern nahe. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ist umringt. Umringt. Wird von seinen Kindern umringt. Das müsste also... Oh, der Pot of Gold wäre da auch noch. Wollen wir noch müssen holen. Hm. Hm. Wo ist der Skorpion? Ich probiere noch einmal so... ...einfach quer durch. Und irgendwann... ...müssten wir dann ein bisschen... ...strategischer das Ganze hören. So von links nach rechts zum Beispiel oder so. Was ist denn da eigentlich los? Könnte das vielleicht mit dem zu tun haben? Dies muss die richtige Oase sein, Schatz. Sie ist am Öffentlichen. Sie ist am Öffentlichen. Nope. Dieser Stein an der Tür braucht wohl eine andere Art von Magie. Das... ...ist gar nicht da, oder? Äh. Wo könnte denn das noch sein? Diese Steine an der Tür... Oh, da könnte vielleicht etwas sein. Jetzt hat es ein paar Skorpionen. Aber der Weiss... ...Skorpion... ...also der Weissruggenskorpion... ...geht ja nie unter Tage. Okay. Das heisst eigentlich, wir müssten einfach... ...können andrücken. Ich lasse gleich mal alles raus. Da ist er. Weissruggenskorpion. Okay. Ähm... Dann wäre ich noch der Pot of Gold... ...in einer Oase, die irgendwie... ...die... ...falsche... ...ist... ...aber... ...ich glaube ich habe noch überhaupt keine... ...haben wir denn schon bei der Oase gesehen? Da ist schon... ...der Fabel wieder noch... ...meh und er laufen... ...die auch in meine Sau. Ich wüsste jetzt nicht. Da ist eigentlich voll zu fest. Was ja auch geil ist. Dann machen wir das Feuer ablösen da. So eine Fehlstüne. Ob das vielleicht... ...boop. Aber ich glaube das ist nicht die Oase. Ich meine das ist ja wirklich... ...gab im Fest der Oase. Ist doch eigentlich so ein bisschen... ...du... ...du ...du... ...du... ...da sind wir auch schon gewesen? ich glaube da ist das für mich dann doch so... ...du... ...so ein Oasenmesser... ...eso ein Loch Wasser... ...dem irgendwo im.... ...iggendwo im Nirgendwo. Da vielleicht. Da haben wir das Ding. Sehr geil. Und dann haben wir es, weil die Wasserflasche Ich will sie nicht suchen. Ich merke es eigentlich. Ich will sie nicht suchen. Weil sie kann in so einem X sein. Keine Ahnung. Sie kann in so einem Holzstamm drin sein. In so einem typischen weissen Ruggenskorpion zum Beispiel. Sie kann in so einem Lager sein. In einer Tür. In einem weiss nicht wo. Sie kann mitten im Camping drin sein. Ich kann es noch Rauchzeichen geben. Sie kann nicht mehr zu alt sein. Ich will sie nicht suchen. Aber ich suche sie gerade. Blöde Flasche. Ich meine da steht ja wirklich. Diese Wasserflasche rettet dir in den Dünen der Wüste vielleicht eines Tages das Leben. Ja, aber in meiner Wüste ist gross. Also, mäh. Wie soll ich da? Eine Wasserflasche finden? Ich will sie nicht suchen. Jetzt hört mal auf. Ich will sie einfach suchen. Nein, ich suche sie nicht. Ich schaue sie einfach so durch, weil ich äh... Ich finde sie einfach sehr schön zeichnet. Mh... Blöde Schissflasche. Das gibt es einfach gar nicht. Ich meine da. Da hat es eine Flasche. Da hat es eine Flasche. Da hat es einen Brunner. Da hat es einen Flaschenverkäufer. Das müsste doch da sein. Und dann sind sie mit der Flasche woher gelaufen? Daher. Hm. Blöde Schissflasche. Das ist ein Brunner. Ich meine da. Und dann sind wir noch. Aber da sind wir noch etwa Bear Grills. Das war's. Kann man dir die Bear Grills? da hat die Flasche verkauft nimm doch einfach eine von denen ja Flasche Flasche lassen wir bleiben Flasche lassen wir aber so etwas verbleiben wer braucht schon eine Flasche keine Flasche jo ich glaube wir gehen weiter und zwar in der nächsten Folge greifen wir das nächste Erlebnisperkel an wo da heisst Matthias besuchen Matthias zu Hause genau und da schauen wir uns das nächste Mal was wir wo finden wer kommen wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei werdet bis jetzt her, bleiben super, machen keine Scheisse und tschau tschau wo ist man mit nem mit dem wie es dieser die